Die Bundestagswahl steht an. Besonders junge Leute geben oft keine Stimme ab. Weil uns keiner ernst nimmt, weil uns keiner zuhört. Wir halten nicht viel von der Politik. Wie soll Politik für junge Menschen gemacht werden, wenn junge Menschen nicht im Bundestag sitzen? Ich suche nach Gründen wählen zu gehen. Und noch finde ich keine. Bei der letzten Bundestagswahl hat fast jeder Dritte unter 30 nicht gewählt. Wie ist die Stimmung dieses Mal? Unterwegs im Westen. Montag, 22.15 Uhr. 20 Jahre sind diese Bilder alt, fast auf den Tag genau.